Hallo Leute, willkommen bei Nachtproduktion Gaming, heute mit der 35. Folge mit Mario Kart 8 Deluxe. Heute fahren ich und mein Frauchen wieder zusammen im Blood Cup mit 150 Kubik. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, welche Strecke ihr hier zum Beispiel nicht mögt. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir unten in den Kommentaren, ich würde mich freuen. Und dann starten wir auch gleich schon das Rennen. Ich wünsche euch noch viel Spaß an dem Video, lehnt euch zurück, genießt die Show. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und um nichts zu verpassen, abonniert diesen Kanal. Ich würde mich freuen, dann bis bald. Ich würde mich freuen, dann bis bald. Ich würde mich freuen, dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. 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 Tau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.